und hallo und herzlich willkommen zu kreativwurst mit dem kinzi na wie geht's ich steh jetzt gut und ihr super haben es lange nicht mehr gehört ja echt ist ja auch nicht die gleiche session ich habe ja auch nur die gleichen klamotten an ich trage immer die gleichen klamotten müsste man hier ja klar gehen auch alter alter ist schon geil lachst du ja echt herzhaft herzhaft warst du mit die klamotten nicht auf den letzten games kommen sie ja schon ja natürlich warum sollte ich denn die klamotten wechseln die gehen doch noch echt damals der der damals von der ein interview tussi von rtl an die quasi genau richtig die schlimmen person rausgesucht so schlimm fand ich nicht die eine so keine freundin gamer sagen was ist das warum kann ich auf einmal so hoch springen ich sag doch ab und so habe ich auch diesen jump boost aber nicht immer nur manchmal ich glaube ach guck mal wenn nun wenn nun ein block hochläufst aber wenn du wenn du direkt vor einem block springst dann ich habe das auch nur um zu deswegen von ich am anfang um den ersten session auch so hoch springt aber wir laufen jetzt mal ein bisschen rum und suchen weiter oder ich wäre dafür also ich möchte natürlich will ich meinen baum noch weiter abbauen weiß ich gar nicht ich baue erst mal diesen baum ab aber wir brauchen ja auch noch irgendwie dieses in eine nase juckt dieses moos an den weißen bäumen damit wir fackeln machen können das ist ja ganz wichtig ach so das brauchen wir kriegen das automatisch wenn ich die blöcke abbaue wenn du diese moosigen bäume abbaust meine ich diese weißen bäume mit moos ja genau die moosbäume ein muss ich doch ein moosbäume das ist ja cool ich nehme auch ein paar blätter mit springst und absaugst dann saugt er das auch automatisch weiter gut ich könnte auch einfach alles nehmen ja bitte brauchst du hilfe hier weiß ich noch nicht wenn es wieder kommt dann schon was ist das ist das ist ein special monster weiß ich nicht ob wir uns da anlegen sollen aber ich esse erstmal was er leuchtet im dunkel es gibt bosse oder was ist das ein boss ich bin ich glaube der ist im schatten gespawnt das nachtmonster ich fresse jetzt ich muss leider meine pilze fressen die hätte ich eigentlich noch zum craften gebraucht aber die habe ich jetzt gefressen weil ich möchte gerne dieses monster jetzt töten kann man die roten essen der haut ab der haut ab der hat angst wo ist er wo ist er er ist weg da ich sehe ihn der sieht aus wie murloc aus world of warcraft wo bist du ich mache das monster fertig komm her komm zu mir ganz schnell zu mir ich habe ich habe ihn umgebracht der hat ein ich wollte es mir gerade angucken was war es weiß ich nicht ihr habt ein arg stone drin ihr habt und was war da noch drinnen sehr geil wo auch immer wer das für brauchen kann wo auch immer wer das für brauchen kann ist egal das leuchtet ja es leuchtet das müssen wir haben ich habe ein fettes schwert und fette krabbe das ist ja fett ist relativ fett als das erste was wir hatten das leuchtet ich würde gerne diese diese dinge mitnehmen diese hohlen holen diese hohlen noch ich dachte da geht das kaputt holen bäume genau gar gut das ist mir auch so ein hohler baum jetzt laufen wir schon wieder unterschiedliche wege aber ist ja nicht schlimm ist ja nicht ich habe ich habe korallen gefunden und magnet das magnet aber pass auf dass du dein inventar nicht zu sehr voll spammst weil wir noch ähm platz brauchen bevor wir kisten bauen können jetzt konnte ich wieder in drei blöcke hoch springen wenn du rote pilze siehst ich brauche noch welche ich habe nämlich gar keiner mehr ich glaube ich habe zehn stück gerade gefressen und ich mich wieder heilen konnte ja ich auch um dieses monster zu killen da ist moos moos ich brauche moos hier ist auch moos masestiable muros dieses geldgehen youtube bei dem paquet raud er solltet er so ein richtiger geldsack sein ija ich bin da gobert dug glaube ich hatte letzt APIs oder so Ja, mein Hauptkanal heißt PewDiePie. Ja, es gibt einen deutschen PewDiePie, oder einen österreichischen, ja. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen Werbung machen, der heißt Kapuzenwurm-LP. Oder Kapuzenwurm, einfach nur. Rote Pilze! Kannst du dir mal angucken. Rote Pilze? Nein, ich brauche rote Pilze, komm, lass sie mir. Rote Pilze! Lass sie mir, lass sie mir, lass sie mir, lass mir die roten Pilze. Rote Höhle! Rote Höhle? Oh, da sind leuchtende Monster. Er hat die roten Pilze einfach mitgenommen, oder? Das ist der Haar. Ja, bitte. Komm doch, was willst du machen, du? Oh, 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 scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Das ist ein bisschen wieder aus der Scheiße. Ja, was willst du machen, was willst du machen, was willst du machen? Boah, verreckt doch, bitte, 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 bitte. Sprichst du auch da runter, Mann? Ich bin downed. Äh, das Monster ist weg. Ich hab sie killt und bin nicht storben. Oh, ich kann dir tatsächlich bei dir looten, ich nehme mir die Pilze. Nein, hör auf. Das ist doch nur drei. Na gut. Ich bin zurück, ich glaube, biete, biete. Aber komisch, dass ich bei dir looten kann, das sollte man nochmal ändern. Ja gut, ist ja... Vielleicht gibt es ja jemanden, der Deutsch kann bei Playful.com, Playful.com. Ja, ähm, warte ich mal. Also ihr könnt unsere Videos dann gerne gucken, liken, teilen und dann als Gegenleistung bekommt ihr die Buck-Reports. Oh, sieben, haben wir diese hier und peditrieren, was? Genau, die Buck-Reports. Oh, Pilze, 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 Pilze. Äh, klar, natürlich. Klar, ich hab auch ein dabei. Das ist viel einfacher immer. Ja, stimmt. Die Accept. Äh, wie mache ich denn das? Möcht ich drauf stehen? Ähm, T drücken. Dann bekommst du... Ja, genau. Ja, das ist natürlich praktisch, ne? Das ist richtig geil. Bestes Feature in dem Spiel. Ja. Oh, Pilze. Hast du jetzt meine Pilze geklaut? Nein. Lüg nicht. Nein, hab ich wirklich nicht. Keine Angst. Wow, wow. Nein, ich lüg nie. Wo ist mein Zeug? Wo bin ich denn? Hä, wo ist jetzt meine Höhle? Ähm, guck auf den Totenkopf. Und da ist auch eine weiße Barke. Ja, ich seh's. Oh, cool. Ich liebe dieses Spiel. Äh, du hast Pilze übersehen. Was? Echt? Du hast hintermengst spawnen, Pilze. Hab ich schon erwähnt, dass da Pilze sind? Äh, gerade. Oder sind andere Pilze? Gerade schon. Oh, Wines. Und damit meine ich nicht sieben Sekunden Videos. Was? Kennst keine Wines? Äh. Guck doch kein YouTube. Ne, ist auch kein... Doch, gibt's auch auf YouTube. Aber ich glaub, die sind auf Tumblr entstanden. Sind die auf Tumblr entstanden? Ach, weiß ich nicht. Wie war sind eigentlich die Fossile? Weißt du da was? Keine Ahnung. Achso, doch, du kannst Knochen daraus machen. Kohle. Ne, Fossil. Kohle, 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 Kohle. Ach, das bleibt immer hängen, ne? Das bleibt immer hängen. Ist das ja für Gronkh? Ja, wollte ich grad sagen. Ey, man sieht es einmal und das prägt sich ein. Wenn man immer, wenn man Minecraft spielt, man findet Kohle und singt diesen Song einfach. Er ist im Gehirn. Ich seh dich nicht mehr. Ich seh dich nicht mehr. Ich seh dich nicht mehr. Ich seh dich auch nicht. Ich setze ein Teleporter ganz einfach. Na, teleportier sich. Das stimmt, das ist eigentlich voll die perfekte. Wir können uns eigentlich niemals verlieren. Oh, oh. Hat nicht mal wehgetan. Oh, schnell die Pilze da wegnehmen. Oh, schnell weg hier. Schnell weg. Schnell weg. Nein. Oh, weg hier, scheiß drauf. Du musst stehen bleiben, wenn du dich teleportieren willst. Ja, das ist kein Problem. Also ich sammle jetzt erstmal Ressourcen und wenn es Nacht wird, hast du einen Blick auf die Uhr eigentlich? Tee. Achso, ich brauch den Teleporter ja nicht mal setzen. Nee, nee. Du brauchst ja nur Tee drücken. Das ist ja geil. Wo bist du? Warte mal, ich setze den mal neu, weil ich schon wieder ganz weit woanders hin gerannt bin. Ich hab schon. Wenn du das hier weinst, weinst du etwa? Oh, ist das ein schöner Wald. Zwar dunkel, aber schön. Ja. Wir können ja welche abpflanzen, wenn wir eine Gegend gefunden haben, dann können wir uns einen kleinen Wald bauen. Ich hab nämlich schon ein paar Saplings. Oh, ist da gerade eine Kiste gespawnt vor mir? Oh, ne mit. Können wir brauchen. Können die Elfer so spawren? Oh, Kohle und Gunpowder. Was ich schade finde, ist, dass die Kisten einfach verschwinden. Die würde ich gerne mitnehmen. Ja, das wäre echt noch geil. Was gibt doch nicht viele Monster hier kann es sein? Nur die vier, die tagsüber sauer sind. Pilze. Also wenn wir weiter runter in der Erde... Hast du hier einen Holzfüller-Lock hingelegt? Eigentlich nicht. Oh, ne, da ist ein Loch drin. Das hier... Ah, Beanwachs. Kann ich ihn mitnehmen? Weiß ich nicht. Nur mit? Ja. Nur mal alles mit. Oh, wow, 1, 1, 1. Ich hab noch mal 1 mit. Ich hab noch mal 1 mit. Schering. Hast du den Blick auf die Uhr, ne? Ja, wir sind bei 9. Alles klar. Nicht, dass wir es wieder vergessen. Letzte Folge. Oh, mein Gott. Ja, gut, 17 ist jetzt noch okay. Ja, ganz genau 17 auf die Sekunde, ihr habt. Echt? Geil. Cooles Ding. Also ich jedenfalls. Du wahrscheinlich nicht. Äh, war meinst du wegen meiner vermetterten Reaktionsfähigkeit, ne? Genau. Ja, das weiß man ja. Die Jury sind ja nicht immer gleichzeitig mit mir drauf beim Start und so. Äh, was hast du gesagt? Aber ich hab noch ein Inagi-Drink. Mensch, ich bin halt nicht der Schnellste. Ich bin Kinsey, überseh die Kisten. Ach, die sind bestimmt hinter mir gespawnt. Ich kenn doch mein Glück. Oh, das hier sieht ja episch aus. Immer wenn ich Tekken spiele, bekomm ich Nina, obwohl ich gar nicht mit Nina spielen kann. Wir machen immer Fragezeichen. Oh, oh, oh. Hast du rein, Höhle? Du siehst so wunderschön aus. Ich liebe dich. Ach, geh doch nicht immer in Höhlen. Dafür sind wir doch noch gar nicht bereit. Das ist so ein Torbogen über einem See. Der ist ja von schönen Arsch. Ach so. Mal eine Uhr. Was ich dich mal noch fragen wollte, ist so. Mach mal nachher noch. Darauf mal hier das Crafting-Table. Okay. Ich wollte dich nämlich noch wegen einem anderen Spiel was fragen. Fast runtergefallen. Aber ich will dich noch nicht spoilern. Vielleicht mach ich das. Was, heute? Ne, ne, irgendwann mal. Okay. Ja, können wir da mal gucken. Also, die Erdner-Baußen, seid gespannt. Vielleicht gibt's noch mehr mit dem Pock. Oh, ich baue zu viel ab. Scheiße. Wäre voll cool. Vielleicht gibst du halt noch mehr vom Pock-Eutra und mir. Ne, gerne mit anderen Leuten auf, habe ich herausgefunden. Ja, ich auch. Viel lieber als alleine. Macht viel mehr Spaß. Als jahrelanger Moff. Kenn ich so. Nee, ich bin down. Soziale Kontakte? Was ist das? Wie, du bist down? Ich bin gut. Ich bin einfach... Ich wollte rübersprechen, hab nicht gesehen, wie tief das runtergeht. Hab ich 2000 Blöcke runtergefallen. Ja, ich weiß nicht, ob du in meiner Nähe warst. Zum Glück haben wir keine großen Mühlen. Am der... Jetzt hat mir jetzt einen Deathcounter. Ich hab den... Hast du den Teleporter versetzt? Ne, ne? Ne, hab ich noch nicht versetzt. Aber das ist ja zu deinem Vorteil. Das ist ja gut jetzt gerade bei dir. Aber das ist echt cool, dass wir uns zu den anderen Leuten einfach hin teleportieren können. Ja, das ist echt praktisch. Ich kann mich auch an einen eigenen Teleporter hinsetzen und mich zu meinem teleportieren. Das soll ich vielleicht öfters machen. Vielleicht gar nicht mal so undoof. Sag mal, wie weit geht denn das hier noch hoch? Soll ich jetzt hier die Blätter abbauen? Ich hab eigentlich keinen Bock. Ne, mach ich nicht. Weißt du, was cool ist? Wenn wir nachher ein Haus haben, dann können wir einen im Haus lassen, einen Teleporter. Ja. Und einen nehmen wir immer mit. Stimmt. Und dann müssen wir... Das Domme ist nur, wenn der stirbt, der keinen Teleporter hat. Der ist egal, der muss nicht. Oder der den Teleporter hat. Ach so. Ja, ne, wir setzen ihn einfach öfters hin. Stimmt, ja. Aber einen Teleporter müsste ja schon im Haus bleiben. Ähm, ich hab ein Problem. Ja? Guck mal nach oben. Wieso? Wieso soll ich nach oben? Oh, die Nacht. Ja, ich komm... Oh. Ich komm sonst gleich zu dir. Und dann buddeln wir uns ein. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt einige Rohstoffe bekommen. Ich glaube, wir können davon ein paar... Ähm, Fackeln machen. Und dann können wir uns ja schon mal in die Erde buddeln. Ich hoffe, man verliert nichts, wenn man stirbt, ey. Weil letztes Mal war ja auch so, dass irgendetwas gefehlt hat bei dir, ne? Ich hatte das Gefühl, ja. Ach so, ich brauch ja gar nicht wieder nach oben laufen. Ich muss ja eh nach unten. Buddel dich halt... Oder buddel dich ein. Mach ein Loch in die Erde. Hier ist irgendwo mein Todespunkt, sagst du? Oh, und hab ich gesagt. Aber wir haben jetzt ja auch ein Schwertchen. Obwohl, da ist ein fiese... Da ist eine Krabbe. Die wird gleich böse. Verwandeln die sich oder was? Kann das sein? Ja, die werden nachts böse. Aber nicht alle. Ich dachte, die kommen neue. Weiß ich jetzt nicht genau. Weiß ich jetzt nicht genau. Soll ich die Krabbe noch vorher tönen? Nein. So, hab ich jetzt noch alles? Oh, jetzt ist es sortiert. Gehen wir... Wollen wir uns beide zu meinem Teleporter teleportieren und dann langsam... Oder hast du deine Leiche noch nicht wieder? Ich weiß es nicht. Ja, dann bauen wir deinen Teleporter wieder auf. Ich komm zu dir. Weiß ich nicht mehr, wo du bist. Ja, hier ist auch... Ja, hier ist auch recht schön. Dann baue ich meinen Teleporter neu. Ah, ja, so hat es schon nicht bei. Weil, wenn es jetzt dunkel wird und möchte einen angriff, kann ich nicht mehr weg. Ich budddle neben dem Teleporter einfach ein Loch. Ich baue noch die Fossil ab. Aber die Fossil können nicht so selten sein. Außer man braucht... Ah, Mann, wir brauchen ja noch ein Crafting Table. Ich vollidiot. Ich hab doch einen. Hast du einen dabei? Stimmt. Ja, hast du ja vorhin erzählt. Oh nein, weil ich bin auf dem höchsten Punkt dieses Berges fast. Oh, was ist denn das? Bist du bei mir? Ich hab Schnee. Hey, er hat Schnee. Ich bin nämlich mit, ey. Du hast genuss. Geil. Wir wollen nicht Schnee, weil ich lache mal. Manchmal ist das Spiel ein bisschen buggy. Da habe ich schon einen Block abgebaut und dann baut er schon den Rest. Ja, ist Early Alpha, ne? Alles gut. Oh, da ist eine Kiste. Könntest du bitte zu mir kommen? Ich brauche ein Crafting Table. Oh mein Gott, ich habe Wasser gefunden. Oh, meine Energiezelle ist auch schon wieder kaputt. Ich hoffe, ich habe genügend Mushrooms. Mushrooms. Ich komme gleich zu dir. Sobald ich die Kiste gelootet habe, die da hinten auf dem Berg ist. Okay. Ich baue unser Haus schon mal ein bisschen aus. Ach du Scheiße, wenn ich jetzt einen Fehler mache, wenn ich... Ich sage schon Haus. Äh, Grube. Was, Grube? Wir bauen hier nur 5 Sterne Hotels. Ähm. Äh, Grube. Bist du irgendwie bescheuert? Wir werfen mich nicht runter. Wasser. What? Das Wasser mag mich nicht. Ich habe da bestimmt jetzt voll viel... Irgendwas. Oh, ich muss aber definitiv im Editor heller machen. Hier ist es viel zu dunkel hier. Ah, wir haben ja gleich. Wir müssten gleich, ähm... Fackeln bekommen. Wenn dann mal der... Ich bin dann hier mal direkt bei meinem... Travel... Teleporter. Der Gedöns. Komischer Papageiendrache, lass mich in Ruhe. Das ist ein grüner Papageiendrache. Der hat mich angegriffen. Alter Schwede. Lass dich doch nicht fertig machen, Junge. Lass dich doch nicht fertig machen, Junge. Ich komme zu dir, hast du gebaut, in jede Worte? Äh, ja. Und direkt daneben steht, äh, ist ein Loch. Und da wohnen wir. Wir wohnen immer im Loch. Grüner Papageien, Vogel, Drache. Ich hole dich oben ab. Als jemand weiß, was es ist, kann das mal schreiben. Und wenn ihr das Haus fertig habt, beenden wir die Folge. Wir sind schon wieder bei 16 Minuten. Ich habe das Haus fertig, dann komm rein. Ja. Und wir beenden die Folge. Ja, ich bin gleich da als LatvimberHindy. Achso. Ja. Oh. Ähm. Ähm. Ja, bitte. Hier unten. Du bist du. Und, guck mal unten. Ich habe hier rum. Hier, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ah, genau hier rein. Aha. Gut. So, ich mache dich, ne? Dann bedanke ich mich an der Stelle mal fürs Zusehen und fürs Aufnehmen. Es ist dunkel. Hey, Paco, hier ist der Darkroom. Oh, oh, oh. Nein, nein, süße. Oh, ja. Hallo. Ich würde lieber den Mann spielen, sondern hätte ich dich angucken können als Frau. Ja, das stimmt. Aber ich meine, du siehst aus wie ein kleines Kind. Oh, Frau, da stehst du auch Männer. Was sitzt du? Fick dich. Was sitzt du? Verbreite keine Gerüchte hier. Ich meine, ich habe nichts gegen Schwule, aber ich bin leider nicht schwul für ihr Leute da draußen. Dümmeleid. Ich bin nicht mehr für Männer zu haben. Da war ich noch nie. Wurde sich deine Freundin auch beschweren, drüber. Definitiv, ja. Definitiv. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Viel Spaß. Ja, macht's gut. Tschüss. Ich weiß gar nicht.